Ich habe ja schon Sex gehabt, scheiße. Nein. So, eine neue Spitzhacke, diesmal aus Stein. Wir wollen ja nicht so verschwenderisch mit unserem Eisen umgehen, ne? Komm, mach. Danke. Das Gold können wir auch mal langsam machen. So, essen. Ah, lecker Steak. Muss ich noch kurz warten, bis das Gold fertig ist? Ah, ne, ist ja Eisen. Ach, scheiß drauf. Okay, gucken wir uns mal an, wie das aussieht mit dem Glas. Wir kommen vielleicht drei hoch oder vier hoch das Fenster. Zwei, drei. Na, eins, zwei. Wie sieht das aus? Hm. Ich weiß nicht so recht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wobei, hat aber auf jeden Fall nicht jeder. Huch. Nein, das wollte ich gar nicht. Komm ich doch gar nicht mehr da hoch. Nein! Oh mein Gott, ich verbrauche hier das ganze Glas. Hm. So richtig gefällt mir das nicht. Aber wer weiß, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Die werden auf jeden Fall große Fenster. Die werden auch drei hoch. Sieht irgendwie komisch aus mit diesem, äh, Bella Glas, ne? Irgendwie komisch. Komisch. Mal einen Schluck trinken. Ah, lecker. So, jetzt können wir schon mal ein Buch machen. Guck mal. Und, äh. Ne, können wir nicht. Alles egal. So. Mit der Tinte zusammen können wir das Rezeptbuch da machen. Ich weiß, einmal Tinte noch. So, wie waren das jetzt? Ich glaube, so. Dann so. Ach, scheiße. Wir brauchen ja dreimal. Äh, ne, einmal Leder nur, ne? Einmal Leder haben wir ja. Warte mal, ich würde mal was probieren. Das müsste ja jetzt auch so gehen, ne? Loy. Und Tinte. Da ist das Rezeptbuch. Wie Sidebook. So, aus irgendeinem Buch. Und, äh, funktioniert dieses Receptbook nicht. Deswegen pack ich es erstmal hier rein. Jetzt ist Minecraft abgestürzt. Minecraft stürzt immer ab. Und gibt eine Fehlermeldung aus. Keine Ahnung, was die Fehlermeldung bedeutet. Auf jeden Fall liegt es am Receptbook. Das steht auf jeden Fall in der Fehlermeldung drin. Gut. Also, abgeschnürt ist uns nichts. Ist alles noch da. Wunderbar. Dann hat sich das Rezeptbuch erstmal erledigt. Und, äh, ich werde dann mal gucken, dass ich in der nächsten Session was anderes habe. Ich hatte noch was anderes zur Auswahl. Ein bisschen komplexer als das Rezeptbuch. So, mit Suche und alles. Da kannst du dann eingeben, was du suchen willst. Also, was du haben willst. Aber, äh, das sah mir erstens zu komplex aus. Und zweitens hatte ich dann ein bisschen Angst, dass ich da zu sehr ins Spiel eingreife. Wobei das ja eigentlich Wurst ist, weil ich ja mit, äh, mit dem Mod Bildkorb sowieso ganz schön ins Spiel eingreife. Hier müsste es auch irgendwo Öl geben, ne? Ich habe, ich habe ja schon gesagt, wir müssten mal eigentlich eine Erkundungstour machen, was hier in der näheren Umgebung so alles ist. Aber ich will auch das Haus weiterbauen. Aber das Haus kann man, glaube ich, immer noch bauen. So, Schwert habe ich. Ich werde mal ein paar, obwohl, ich habe ja auch eine Spitzhacke aus Stein. Das sollte erstmal reichen. Waypoint habe ich auch. Waypoint. Das habe ich. So, dann werde ich mal ein bisschen auf, äh, Erkundungsmissionen gehen. Aber ich kann ja mal die große Karte aufmachen. Hören wir denn hier so. Dann gehen wir mal nach Norden. Ich glaube nicht, dass in der Schneelandschaft was Besonderes sein wird. Deswegen gehen wir da erstmal dran vorbei. Essen habe ich auch noch ein bisschen mit. Oh, guck mal, da ist schon die nächste Höhle. Da gehen wir doch gleich mal gucken. Was ist das hier? Loy. Ach, hier war ich schon drinnen. Hier war ich schon drinnen. Ich habe auch sofort ein Skelett. So, alles sicher. Kohle nehmen wir uns auf jeden Fall mal mit. Davon können wir nicht genug haben. Jetzt kann man ja, äh, eigentlich könnte man ja das Lagern noch krasser machen. Und zwar kann man ja jetzt zwei Doppelkisten nebeneinander stellen. da muss ich noch mal gucken. Sorry. Wie ich das mache. Das wäre auch noch eine geile Idee. Dann hätte man noch mehr Drohen auf weniger Platz. So, da unten wollte ich noch mal gucken. Oh, da ist auch ein Skelett. Ah, was ist denn los? Hallo Skeletti. Ja, genau. Treff mich einfach. So, Schaf, geh mal weg. Ach, das ist nur ein Lichtbugs. Gar keine Höhle. Diese Lichtbugs, ne? Ich möchte mal wissen, wann die endlich mal behoben werden. Wurden eigentlich schon die behoben, dass man jetzt Half-Steps an der Decke anbringen kann? Müsse ich auch mal ausprobieren. So, hier ist nix weiter. Dann wandern wir weiter Richtung Norden. Oh. Hier war ich anscheinend auch schon drin. War ich hier schon mal? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Hier ist Wüste. Gucken wir mal. Auf der Karte. Da ist schon mal Öl. Seht ihr? Und was ist das da? Es wird gerade wieder Nacht. Ah, guck mal. Hier ist Kohle. Genau an der Oberfläche. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Das dauert's ein bisschen länger wegen der Steinspitzhacke, aber ich will ja nicht so viel Eisen verschwenden. Vielleicht brauche ich das ja noch unbedingt. Also für die erste Maschine, die ich bauen will, brauche ich schon mal Diamanten. Das ist erstmal gar nicht so gut. Das ist schon mal sehr kostenintensiv. So, da sind Monster. Gibt's da noch irgendwas zu sehen? Zu erkunden? Sieht nicht so aus. Ich habe auch ein bisschen Angst hier rumzulaufen im Dunkeln, ey. Was sag denn die Karte? Was habe ich denn da unten nochmal markiert? Einen Spawner, ne? Einen Spawner. Öl ist einfach nur Wasser. Da ist Öl. So ein Öl-Ding kann man auspumpen. Ich weiß nicht. Kann man das eigentlich hiermit auch machen? Mit diesen, äh, äh. Ah, wie heißt denn das? Ja doch, müsste eigentlich gehen. Dass man quasi diese... Diese, diese, diese. Wie heiße die, Leute? Wie heißen die? Boah. Nicht Wannen, sondern Tanks. Ha! Dass man diese Tanks hat. Dann kann man, äh, so ein, so ein Öl oder... Genau, so ein Öl, den kann man dann leerpumpen. Oder auspumpen. Und in Tanks lagern. Das Öl. Wenn man das woanders haben will, macht man einfach eine Rohrleitung. Und kann das dann da hinpumpen. Sowas würde ich auf jeden Fall auch noch machen. Weil mit Öl kann man, meiner Meinung nach, äh, Motoren antreiben. Wir werden uns hier eine richtige Fabrik bauen, Mann. Wenn es irgendwann mal so weit ist. Aua. Lein, mein Schwert ist kaputt. Jetzt muss ich aber schnell nach Hause. Dann werden wir jetzt mal schnell nach Hause gehen, du. Ist der Weg hier richtig? Ich sehe keinen Pfeil auf der Karte. Wo den roten? Durch die Lama wollte ich eigentlich nicht unbedingt. Voll in den Creeper reingerannt. Waren, jetzt rennen. Alter, der rennt nicht. Kriegt einen Anfall hier. Ist ja wie bei Adventure Maps. Ich hätte mal den Hauspfeil nicht grün machen sollen. Mann, ey, lasst mich. Warum rennt er denn nicht? Mein Gott. Ach, da, jetzt habe ich den Pfeil. Schnell nach Hause. Okay, ein Steinschwert, oder? Hatte ich ein Steinschwert? Ich glaube, ja, das ist nicht so praktisch. Oh mein Gott, jetzt komme ich hier nicht durch. Die killen mich doch alle. Und er rennt wieder nicht. Ja, rennt einfach nicht. Ich habe so langsam das Gefühl, dass es an meiner W-Taste liegt. So, hier unten ist mein Haus. Aber diesmal habe ich es, glaube ich, geschafft. Ah, ich muss noch zu Hause ankommen, ne? Creeper? Nein, du wirst mir das nicht in die Luft sprengen. Ey, runter da. Wir haben es geschafft, Leute. Mann, ist das gefährlich. Ist so dangerous outside. Eisen. Gold. Können wir die Kohle noch reinpacken? So. Achso, erstmal ein Schwert. Dafür muss ich wieder ein bisschen Eisen opfern. Ein Stück. So. Eisenschwert ist besser. Da läuft eine Spinne rum. Creeper sehe ich jetzt nicht. Stirb! So, jetzt müssen wir hier die Scheiße noch einpflanzen. Wir brauchen ja nachher auch noch zum Verzaubern Bücher ohne Ende. Boah, ich stelle mir das so richtig geil vor mit den Maschinen und alles, aber bis es dahin, ey, bis es soweit ist, dauert das ja noch ewig. Wie konnte man eigentlich Tanks bauen? Ich brauche dieses Rezept-Mod. Diese Rezept-Mod. Wie spät haben wir? Ach, ich habe gar keinen Timer gestartet jetzt beim zweiten Mal. Fuck. Sonst hätte ich jetzt sagen können, beende ich die Aufnahme kurz, lad mir noch eine Mod runter für Rezepte und dann fange ich die nächste Folge an. Aber ich weiß leider nicht, wie lange ich das schon aufnehme. Aber es wird auf jeden Fall geil. Ich weiß auch nicht, wie man diese andere Truhe macht. Hat Bildkopf eigentlich auch noch eigene Truhen? Ne, ne? Ich glaube nicht. Ja, und das ist das Problem, siehst du. Jetzt bräuchte ich mal so ein Rezept-Mod. Weißt du was? Ich beende jetzt mal kurz die Aufnahme. Guck mal nach und lad mir diese andere Mod runter, die ich da gefunden hatte. Und dann wird das einfach nahtlos verknüpft. Oder wenn die Zeit schon um ist, gibt es eine neue Folge. Also bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ist eine neue Folge. Folge, keine Ahnung. Und zwar habe ich jetzt mal nachgeguckt wegen der Mod. Die gibt es für 1.5.2 noch nicht. Es gibt nur eine für 1.5.1. Und im Forum steht extra, also da habe ich die gar nicht erst installiert, deswegen steht, weil... Oh, Alter. Ich habe die nicht installiert und nicht ausprobiert, weil im Forum direkt drunter steht, die funktioniert nicht für die 1.5.2. Es wird demnächst eine spezielle Version dafür geben. Aber, ich habe jetzt das Wiki auf für Bildkopf. Und ich habe jetzt auch mal vor, schon mal ein bisschen Öl zu pumpen, damit ihr auch mal ein bisschen was von Bildkopf seht. Und dazu werde ich die ersten Maschinchen bauen. Und zwar fangen wir an mit Zahnrädern. Zwei Stück brauche ich, glaube ich. Jedenfalls, soweit ich weiß. So, dann brauche ich... Ähm... Fuck. Oder? Fuck. Wie ist denn das Rezept für eine Piston? Brauche ich da Redstone für? Oh mein Gott. Aber das macht nichts. Äh, ich gucke jetzt mal gleich. On the fly nach. Geht das überhaupt? Ich glaube, ja. Ähm... Minecraft-Wiki.net. Sorry, dass ich da nachgucken muss. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Jetzt habe ich aber beide Wikis wenigstens offen. Piston. Da brauche ich Redstone für. Geil. Das heißt, wir gehen jetzt in die Höhle. Ist mir jetzt scheißegal. Ich suche jetzt einfach nur schnell Redstone. Und gehe gleich wieder raus aus der Höhle. Aus der Höhle. Folge Wurst, weil... Es ist egal. Äh... Und zwar will ich jetzt endlich mal eine Maschine...